Da ist er. Hat er hier weint, oder warum? Ja, steck mal ab. Oh. Er vergreift sich gerne. Hm? Er ist härter. Jetzt waren die ja in 100 Tagen. Okay. Ich weiß nicht, warum er so stark ist. Wenn man kaum Schaden macht bei dem. Und man kann... Man verlangsamt auch richtig bei dem Schlamm. Da wieder hangert er. Der packt sich durch die Erde. Oh, shit. Das war nicht gut. Wie lange ist denn der Schweif? Oh nein. Anjanath! Einfach Anjanath. Das war der dritte. Oh mein Gott. Das war's für mich. Oh shit, ein Genard, das war nicht ich, sondern der Einer. Oh, er haut auch ab. Wo bin ich denn jetzt? Was ist die Kustung? Warum mach ich das? Ich hab gar keinen Sinn. Oh oh. Was the fuck ist das? Er ist zu Stein geboren. Irgendwer ist böse. Er ist in Wage Mode. Oh oh. Shit. Ey, der mit seinem Schlamm, ne? Oh, sehr gut. Er ist in Wage Mode. Oh, da war ja noch 100. Oh, wir haben was gebrochen. Oh. Ah, der Schweife ist halt weich, weil er so Schlamm ist. Interessant. Ich verstehe. Ich muss leider auf. Ja, wir müssen eh wechseln. Er ist nervig. Ein Genard ist auch cool, wa? Den kannte ich noch von, äh, White. Ne. Der White kommt jetzt, wie heißt es, World. Ah ne, ich komm mit den Armen durcheinander, sorry. Das wäre ein Wind. Ein dreckiges Monster. Oh nein. Der ging daneben. Mein, äh, meine Attacke mit dem Sprengen. Ja, jetzt kommt die Arbeit, dann das Vergnügen. Auchen. Okay. Okay. Ich hab zuerst, der wollte gehen. He? Was ist das denn? Ach du Scheiße, was ist das für ne Kugel? Äh. Der von Ei! Alter, das ist ein bisschen ein Modus. Warum tanke ich den manchmal nicht? Oh, die Stüge ist sehr empfindlich. 43. Ach du Scheiße. Was? Weißt du auch warum? Ja, dieses Gefeife im Hintergrund. Was ist denn das? Nein. Ich habe es ausgeschrieben. Ich glaube, das ist wegen der Rüstung, ne? Das bringt, also das ist, das ist nicht schädlich von mir. Das ist aber, was der war explodiert. Ein bisschen hier rum. Alles da unten, ne? Scheiße, warte. Aber das kann eh so ab. Vielleicht hat er eine Orientierungsschwäsche. Und dieses Geheulen, ne? Im Hintergrund. Was ist denn? Oh, nein. Oh, nein. Oh, sehr gut. Es war nichts gebrochen, aber... Es war nichts gebrochen, aber es war nichts gebrochen. ich sehe gar nichts mehr vor lauter schwanz dann das schi schi mal bruder Oh Gott. Seh das auch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wo ist der? Der schwimmt einfach. Au. Oh nein, der wehrt den Ball. Der scheint zwar hochgradig angeschwächt zu sein, aber der macht damit gut Schaden. Das ist eine coole Idee, wa? Ja. Den Ball da. Und so. Oh Gott. 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 alter was macht er da denn der macht einfach trümmer ja ein felsen komm mal raus aus dem felsen das geistes kann hey hat hat ja 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 Mann, Alter, was ist denn für ein Rüstungspanzer? Oh, nein. Ich hab's direkt gesehen. Oh, da ist er direkt hier. Ey, ey. Ich hab's nicht. Das war ein bisschen schön. Ey. Ne, heilen. Ne, ist aber auch ganz gefährlich. Das ist zu eng. Haut ab. Ich glaub, der haut ab. Oh, der betreibt wieder. Oh, nice. 93%. Das ist sehr gut. Was hat ich denn eben hier so geräuscht gehört zu Dingen? Oh, Diablos ist hier. Oder wie heißt Monoblos? Mit Diablos. Oh, also der Erwin. Attaciert. So, Ryu. Hast du mal. Das war's für heute. Nein! Oh nein! Kann das erklären? Okay, meine hauen ab. Jetzt haben wir hier nichts. ja und ihr müsst aber ich bald down sein auch scheiße waffen verstärken raus 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 ey wie 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 macht er das Ich muss gar mal da hoch und entschärfen. Jetzt kommt die, woher? Da wird das Ei ausgepackt. Da wird sein Ei, dreckiges Ei ausgepackt, das voll verschlampt ist. Sein dreckiges Ei. Ei. Waspastiert ihr? Waspastiert ihr? Waspastiert ihr? Aua. Das war das Ei. Jawoll. Ei auf das Ei. Was? Ich bin im Unmacht gefallen? Ich hatte doch über die Hälfte, oder? Ich hatte doch noch die... Über die Hälfte. Junge, wie stark ist das Vieh? Das hält auch mega viel aus. Hauli Mauli. Fuck. Ich habe aber das Gefühl, das bringt gar nichts. Diese Angriffe, Verteidigung, Schmetterlinge. Das ist das, was? Ich will mich wieder in die Pfeil locken. Diese enge Stelle. Hey. Das war der Falsche. Oh, der ist ein Falsche, Schmetterlinge. Warum? schwachstücke ein schwanz ist die schwachstücke 100er schon wieder aber erlebt noch wo er liegt wieder das dritte mal er liegt hier los Ja, wir müssen eh so schärfen. Ja, in die Höhle geht er. Was macht er aber? Ach, der Arsch geläfft er. Soll ich mir seinen Schweifer attackieren? Eins, zwei, drei. Der, dieses, Mensch. Können wir ausbeuten. Der, dieses, Mensch. Das ging da. Das war sehr gut. Oh, shit, die haben keine Ausdauer. Kann auch noch nie passieren, ne? Oh, shit. Das ist so easy. tschüss er schubst du schon auch hier unter mal fernkampf attacken nein was machst du katze es muss doch erst mal wieder hochkommen es geht der wieder runter wir haben einen mutteren das war nicht eng war scheiße zweimal verloren all unmächtig geworden das stoppt dass die ausbrüte dann wieder schlechter wird der war stark flosse als eigentlich wo die flosse sein soll wie viele flossen hat er im gesicht bata ja bata hat er im gesicht gut das war es dann auch für heute glaube ich haben wir echt gut gemeistert obwohl die schon stark geworden sind mittlerweile aber die neue rüstung und die neue waffe finde ich echt bänger haben sich gelohnt zu holen ich weiß auch ein spechtelfin als nächstes würde ich sagen man mal zu luke den kennt man ja die wäsche als nächstes machen ja guck das ist so viel ja aber schlau ich brauche die sachen auch für die wirst du nicht stufe erhöht schlau ich habe gerade die knie weh sitze so die grüsten dazu sie auswiesen cybercad das ist ein cybercad krass die sogar stärker als die rüstung ja aber wenn meine wüste verbessert um nicht 32 ich kann zwar noch mal verbessern aber da sich also stufe 3 verbesserung ich weiß gar nicht was für ein stat ist wie es aussieht das hier ne doch ist doch die ok das scheint dieses feuer sachen zu sein das eine war halt das ist auch kacke aus so aber wir können mal gucken in der liste was wir als nächstes machen vielleicht die auch schauen gibt auch teigrex mein lieblings monster von einem das wird auch krass die schniediger dass wir auch noch holen ich glaube als nächstes ist mit zune groß hara keine ahnung wer es ist scheinbar stark zu sein oder mehr belohnungsgeld gibt so die katastrophäe anwes und ich gehe ich da nach wer ist schon stärker der ist der ist der ist der ist der ist ja teigrex diablis ok aber noch kein nagakuga ja ich werde als nächstes vielleicht tubigarachi machen oder doch lasst uns hier noch erstmal aus wir machen als nächstes tubigarachi wir sehen uns dann bis dahin ciao